so herz kommt youtube zu einem neuen kleinen video von mir in dem video geht es heute nur ein bisschen info also eigentlich schon was spannendes denn ich habe ein gewinnspiel ich habe gesagt ich mache eins wenn ich eine gewisse abonnentenmarke erreicht habe und ich finde von 100 auf 150 ist ein großer sprung da brauche ich ein paar sachen raus die jetzt mit dem kugel ich doch zum glück heute angekommen sind es wird in die richtung gehen dass ich ein produkt verlose was ich schon seit ein paar tagen hier das muss ich einmal kurz unter dem tisch herkramen und einmal kurz gucken dass ich die leer verpackung euch andrehen möchte und ich habe noch einige andere sachen dazu geholt die jetzt durch die neuen einnahmen zustande gekommen sind die dadurch finanzieren konnte danke an 151 abonnenten ihr wisst ich habe die ewig das ist meine die steht im regal und ich habe das produkt als anfänger paket empfohlen und das auch so gelassen sprich es ist weiterhin anfänger gerät und das möchte ich natürlich mit euch teilen und ich habe mal ein paar sachen hier und zwar zwei geräte es wird drei pakete geben es wird ein akkuträger mit einem 18 650 akku plus einer schutzhülle für den akku dann wird es ein mini gerät geben und es wird ein aromapaket geben und ich habe was vergessen was ich auch noch holen muss kurzer moment so jetzt habe ich aber wirklich alles da ich habe das ein bisschen heute alles nur ausgepackt und nicht wirklich gut sortiert so das paket 1 fangen wir an es wird ein aroma da auch ein liquid dabei geben ich weiß aber noch nicht welches muss man liquid sagen wir mal aufräumen da werden bestimmt liquid dabei sein die ich habe die ich beigeben kann und zwar ist es eine neue wie auch in dem letzten paket erwähnt und auch verschickt eine eicare in der farbe gold oder ein rot in rot kriege ich sie rein habe ich mir selber geholt da könnt ihr noch wählen der der gewonnen hat kriegt dann die frage rot oder gold also einmal die eicare paket zwei ist eine ewig aio dazu 18 650 akku den habe ich noch nicht bis das gewünschte zu Ende ist habe ich den aber der ist nämlich auf dem weg paket nummer drei wird mein mischpaket jetzt fliegt mir erstmal meine red bulldose mein kui um weil er so leicht ist wird sein einmal red juice pineapple coconut ein sehr leckeres aroma zu mischen mal verdampfer immer noch weg äh neu wickeln einmal vom big mouth strike wie eine bestimmte strohlimonade und dazu natürlich damit ihr auch mischen könnt einmal 50 50 basis in 2,5 glaube ich 2,5 2,5 2,5 milligramm nikotin das ist das sind die drei pakete die ihr gewinnen könnt teilnahmebedingungen ist einfach in den kommentaren zu schreiben ich bin dabei und mein kanal verbreiten sprich dass ich auf mehr abonnenten komme ist also ganz einfach bis teil oder nicht erfahre ich ähnlich es wäre schön also das ist keine voraussetzung voraussetzung ist in den kommentaren zu schreiben ich bin dabei und so ein kleiner einblick darin was sich ändern kann und wie euch meine videos gefällt vielleicht also wichtig ist ich bin dabei oder ich mache mit auf jeden fall kommentar hinterlassen und mich nach möglichkeit wenn ihr mich noch nicht abonniert habt abonnieren drei schöne pakete die sich an anfänger richten die noch kein dampfer sind noch keine dampfer sind aber ich finde auch nö i care die nur 20 euro kostet was das nur 20 euro ist geld ist als dankeschön doch eigentlich schön ich habe zwei glücklich gemacht die ein e mail geschrieben haben und sich nochmal bedankt haben bei mir ich habe auch mehrere e mails bekommen die traurig waren dass sie nicht gewonnen haben ich habe das dieses mal vor dass ich einen lostopf nehme und das ganze einen lostopf packe und dann eine live ziehung mache das also nicht heißt wer sagt denn das jemand gewonnen hat etc da habe ich auch e mails bekommen ist doch es hat doch keiner gesagt ich habe gewonnen da wird es dann auch eine live ziehung geben das gewinnspiel geht allerdings jetzt kommt nämlich der haken bis zum 11 februar der samstag 11 februar um genau zu sein gestern in drei wochen drei wochen zeit steht auch noch mal unten drin die teilnahme bedingungen in der beschreibung und dann hoffe ich ihr macht mit euch gefällt das und ich wünsche euch natürlich allen viel viel glück wenn ich die gewinner gezogen haben habe werden diese auch per e mail benachrichtigt und oder ihr seht das ja als live version könnt ihr mir natürlich auch selber eure adresse zuschreiben das paket geht nicht am elften raus nicht am elften februar sondern eine woche später also bis zum 18 gehen die pakete dann auch raus also 13 bis 18 ist versand jetzt bin ich gerade dort ist aber trotzdem also 13 bis 18 wird der versand stattfinden und in der zeit habt ihr dann die chance zu gewinnen 11 februar 23 uhr circa die live ziehung aber da wird noch ein termin in dem letzten vlog am 4 februar dann denke ich mal bekannt gegeben ja ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr ja lasst mir einen daumen hoch vergesst nicht mitzumachen es lohnt sich es sind drei pakete und es werden gewinnspiele folgen die die nicht gewinnen werden nächstes mal ist auch mal aber ich hoffe dass drei von euch die möglichkeit haben eins der pakete zu bekommen ja das war es wieder für den tag ihr seht mich nächste woche wieder mit einem neuen video haltet die ohren steif dampft schön wenn wenn ihr noch nicht dampft überlegt euch ob ihr nicht dampfen wollt bis zum nächsten mal ciao euer Robito